Ja, hallo, ich bin die Bettina König. Wir haben einen Ziegenmilchbetrieb mit 40 Milchziegen. Melken die Ziegen und vermarkten die ganze Milch selber. Also wir machen die ganzen Käse selber und ich bin auf drei Wochenmärkten in Götzis, am Dienstag, in Hart am Mittwoch und heute freitags hier in Bregenz. Und es würde mich freuen, wenn Sie vielleicht einmal vorbeikommen. Verkaufen Sie auch Ihre Erzeugnisse im Hofladen? Ich habe keinen Hofladen, aber ich habe so ein kleines Häuschen in Wohlfurt stehen mit einem Kühlschrank und da ist von 7 bis 20 Uhr am Abend Verkauf. Zum selber rausnehmen. Wie siehst du denn die Zukunft der Wochenmärkte oder Bauernmärkte? Also ich denke, die Bauernmärkte, die haben eine gute Chance, dass sie weiter bestehen können, weil einfach sehr viele Leute die Qualität schätzen. Wir haben Stammkundschaften seit sicher 20 Jahren und die kommen immer, auch wenn das Wetter schlecht ist. Und das muss mir nicht ganz hoch anrechnen. Also ich denke schon, dass die weiter bestehen werden und wir merken auch keinen großen Unterschied bisher. Herzlichen Dank Bettina. Danke. Danke schön. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020